Ah! Alter! Das zieht voll! Willst du behindern? Jetzt hab ich den Stein verpasst! Ah, das tut doch weh! Ja, eins! Ich bin auf eins! Hallo und herzlich willkommen zu Mario Kart zusammen mit Miri! Hi! Fatty! Hallo! Matis! Hallo! Kennt ihr vielleicht schon aus Mario Party und Co? Ach ja, und hier, Balooi, hallo! Wir fahren jetzt einfach Mario Kart 8 ein bisschen zusammen. Die Leute sind sehr schwerhörig. Ja, Prügel-Action! Was willst du eigentlich? Das ist scheiße. Wir fahren jetzt einfach zusammen. Ich dachte gegeneinander. Mach mal leichter! Fatty ist noch nie Mario Kart gefahren. Ja, Pech hat er. Boah! Wir fahren nicht langsam. Du kannst verknicken. Der bin ich. Guck mal, wenn du A drückst, dann bist du da, da ist dein Fenster. Unten rechts bist du. Ja. Ich bin oben links. Und ich fahre... Was fahre ich denn immer? Fatty macht wieder Geist. Ich fahre so wie Mario Party. Und da ist wo's Geist. Da. Ja. Also, ich bin oben links. Wer ist oben rechts? Ich. Miri ist Tordette. Unten links, Yoshi ist der... Das bin ich. Matisse? Das bin ich. Und Fatty ist unten rechts der Shy Guy. Und irgendwie hat mich eingeloggt. Gen-Gong. Na bam! So, jetzt mal ein Kader suchen. Bisschen Stats checken, was da so Sinn hat. Mit Plus Fatty. Mit Plus Fatty. Okay. Fatty. Fatty. Ja, ist doch schon. Ja, da kannst du gucken, was... Weißte Tempo ist, wie schnell du bist. Beschleunigst, wie du beschleunigst. Achso. Ah, ah. Was ist Handling? Handling ist, wie sehr du das Kart anfassen kannst, bevor es kaputt geht. Und Haftung ist, wenn du irgendwas kaputt machst. Ob du dafür die Versicherung aufkommst. Achso. Ich nehm glaube ich das. Ja, meine macht das. Rennbike. Was? Gibt ein Rennbike? Ja. Nicht für dich. Und was nehme ich als Schirm? Was ist das? Bosa muss natürlich auch Bosa als Schirm haben. Na klar. Wie lange die immer alle brauchen. Miri nimmt so ein kleines Flügelchen Kart in Pink. Sehr klar. Wer das weiß, Pink ist typisch Mädchenfarbe, muss ja. Mach Benni jetzt einfach nach. Miri. Du machst mich nicht nach, Junge. Hat er schon. Oh, Fatty. Nein, hat er überhaupt nicht. Fatty ist erst bei den Reifen. Ja, Fatty ist... Erste Folge nur, wie Fatty das Pfad auswählt. Wie Kati das Pfad auswählt. Hallo, Kati. Ja, hi. Film mal die Pfad aus. So, fertig. Wir nehmen direkt hier Regenbogenbude. Ja, hört's gut an. Nehmen wir den grünen Panzer. Nein, nimm's grünen, genau. Ihr seht ja, wir haben schon einige Karten freigeschaltet, eigentlich alles. Eigentlich haben die beiden schon vier Tage jetzt geübt und Fatty und ich. Also ich hab grad zwei Runden gespielt und Fatty noch nie. Fatty also so lenkt man. Und mit zwei gibst du Gas. Und damit nach oben nach oben reines schießen. Hat Fatty jetzt das Klinge. Jetzt hat er verloren. Jetzt hat er verloren. So, man hat eine Hupe. Hier, mit links. Gas, Fatty. Gas. Ey, du kommst noch einmal auf eine halbe Strecke. Ich werde euch jetzt einfach zu Tode rachen. Ha! Das ist teig. Du musst erst mal rankommen. Okay, ich fahr auch schon mal direkt vor den Zaun. Ich muss mich gerade mal wieder an das Motorrad gewöhnen. Ich hab mich auch. Alter, im Ernst. Ich hab nämlich die ganze Zeit immer Karten gefahren und jetzt fahr ich auf einmal wieder Motorrad. Das ist doch etwas anders. Echt? Ja, etwas sehr anders. Das ist ja mann. Wie ihr redet. Was wollt ihr von mir, hä? Ich muss den Zuschauer da erklären. Ah, ah. Als ob die davon eine Ahnung hätten. Ich hoffe, einer von euch kriegt den Film. Hat sie ab. Als Haft! Ja, danke. Bitte. Ich bin gerade von zwei auf sieben. Schreck. Nein. Also ich bin dritte. Was bist du Miri? Tja, sie ist zweiter. Boah, die Strecke ist ja ganz schön kurz. Oh, nein. Doch. Da ist Fadi. Fadi. Geh weg. Oh, ich hab die Münze gekriegt. The almighty Münze. Oh, diese Kür. Boah. Boah. Miri ist dann mal erster. Ich wollte nur sagen, Miri ist normalerweise immer schlechter als Miri. Ja genau. Immer. Oh gut, ich krieg die Acht auf dem dritten Platz. Boah, wenn ich sehr wohl an mir vorbei bin. Nein, kein Sterb. Schieter. Bitteschön, Miri. Ah. Ja, die Acht ist total gerecht vielleicht auf dem dritten Platz für die. Ja, stimmt. Klingt fair. Ja, finde ich auch. Da kommt eine Rakete. Gut bist du einfach. Echt mal, wo seid ihr? Sechs. Fadi ist auf fünf. Was? Was? Fadi ist besser als Matis? Was ist denn da los? Talent. Glück. Angeborenes Talent. Den war ja am Traum vielleicht. Mir hier. Und wer wird erster? Wer wird erster? Wer ist schon im Ziel? Wer ist schon im Ziel? Ja. Das war eine Acht auf dem dritten Platz. Ich bin erster. Ah, 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 ah. Jetzt bist du erst im Ziel? Fadi ist sogar besser als Matis, der jetzt schon geliebt hat. Das ist wirklich das erste Mal, dass Fadi Mario Kart fährt. Also zumindest diesen Teil. Diesen Teil. Diesen Teil. Wohle sind die Cashews. Versteckt. Ich hab noch nichts vergessen heute. Ach du Armer. Hier kannst du deine Sockenfutter rein. Nein. Mach doch. Guck mal, Matis hat da Aua. Erdbeben. Oh. Du hast gleich Aua. Los, mach. Ah! Alter, das zieht voll. Bist du mir hintern? Jetzt hab ich den Stolz mal kaputt. Ah, das tut doch weh. Ja, eins. Bin auf eins. Du Arsch. Alter, das zieht voll. Ah. Boah, Junge. Toll, jetzt bin ich irgendwie auch nach woanders hingesprungen. Mann, und ich krieg auf jeden Platz die Münze. Am Arsch. Und ich krieg die Kurve nicht. Jo, geil. Oh, wegen euch. So, dann fang jetzt. Fuck nein. Oh, dieser Mario. Oh, Alter. Ich bin schon wieder auf 4. Was soll ich jetzt sagen? Ich gehöre ich mich auf 6. Ja, fahr halt gescheit. Nein. Wegen deinem mangelhaften Fahrstil. Ja, wohl. Volles Kontrast. In Ernst, ey. Gib Gas, du blöder. Komm, Winschatten. 4. Da ist 8. Da ist 8. Ich hab gedacht, die wäre auf 3 oder so jetzt schon wieder. Schon wieder vor allem. Oh, Junge, mein Bein tut mir weh. Oh, Arsch. Oh, du willst das. Das. Komisch, dass die Bäume nicht weggehen, wenn ich einen fangenen Stern habe. Die Bäume, genau. Also, die Bäume, ne? Also, die Bäume, ne? Kann ich mal bitte jetzt mal eine gute Eigelkirchen? Ich muss sie vorher einholen, alle wieder. Ey, da rechts ist ja auch noch ein Würfel. Ja, aber das lohnt sich nicht. Weil es nicht ein längerer Weg ist. Wow, wie knüpft man den Bananenkiller einfach. Du guckst bestimmt die ganze Zeit auf dem falschen Bildschirm. Ja, bestimmt war ja dumm, ne? Ja, ja. Ja, ja. Gibt sie noch das Aula heute? Alter. 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 Danke. Allgemeiner Konsens zum Ausrissen. Alter. Mann, ich bin Sechster. Ich war vorhin Erster. Ihr seid doof. Alle. Ich bin Zehnter. Das ist mir doch egal. Ich bin gleich, 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 gleich Neuntag. Ich bin Vierter. Guck mal, du bist jetzt erst am Ziel. Ja. Ja. Das tut doch voll weh. Guck mal, guck mal. Guck dir das an. Boah. Das kann man nicht sehen. Alter. Verdienst. Ich mach das andere Bein gleich auch noch passend. Das muss ja... Ich mach was zum Schlagen. Das muss ja symmetrisch sein. Das kann man nur so brutal sein wie du. Ihr habt ja das 3 von 6 Stern. Hättet mal öfter spielen sollen. Ja. 3 von was? Wie viele Sternen? Von 6. Es gibt keine 6. Ich stand da auch gerade. Oben links. Ja. Keine Ahnung. Belul, belul, belul. Cheep, cheep. Spannig. Cheep, 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 cheep. Cheep, cheep, cheep. Nur wer hilft. Ja, das ist wenn du hubsen. Du kannst hubsen. Hubsen. Du kannst hubsen, wenn du willst. Neue Wortfindung. Ja, lasst mich. Hubsen. Hubsen. Bravo. Yeah. Du kannst ja endlich mal ein Bowser Schirm raus holen. Dann los. Furvey. Alter was? Alter was? Alter was? Hey, hey, hey. Wo bist du Fatih? 9, 7. 1. Yes. So. Einfach weggeschubst. Ja. Und hast du gar nicht verdient. Oh fuck. Was los, Matis? Wie bleibt bist du? 7, ich meine. Ja, was Fatih? Je mehr desto besser, ne? Ja, je mehr desto besser. Ja, ich bin 8. Ich hab so all meint die Münze auf Death gekriegt. Ich hab gedacht, dann schon wieder die 8. Wieso? Was macht ihr, wenn ich die 8 kriege, dann ist das... Oh, das gibt's auch gar nicht! Ja, genau! Boah, Alter. Das ist kacke. Und dann kriege ich mal ein Item. Ich mag den Mummerang. Scheiße, einfach dreimal dann. Hat er dich getroffen, dreimal? Ja, jawoll. Alter, schon wieder ein grüner Panzer! Guck mal, der ist hier. War der von dir? Mann! Schnauze! Das gibt's nicht, ich war die ganze Zeit so weit vorne. Wir sind im Fernsehen, das darfst du nicht sagen. Ja, jetzt seil ich sie. Alter! Ich war grad besser als du. Als wie du heißt das. Als wie du, ja. Das meinst du? Ich glaube, selbst die fällt besser am Avocado als Mathis. Alter, das gibt's erst mal offen. Wer? Was? Alter! Nein! Jetzt gibt's doch nicht einmal wie das Kabel hier. Das tut weh, Patti. Mit der letzten Narben. Narben. Ja, Alter! Soll ich das mal bei dir machen? Geht nicht, du hast kein Kabel. Ach, das kann nicht wahr sein! Wer ist jetzt vorbei gefahren? Ich. Keiner von euch, dann ist okay. Ah, du scheiße weg! Was? Da ist Fadi! Nicht so Fadi! Wir sind im Fernsehen, weißt du doch. Nein! Wir sind im Fernsehen! Da hat einer, da hat einer den... Das glaube ich nicht. Wo ist das Fernsehen? Der hat die Blume. Nein, Miri! Verzieh dich! Nein! Das glaube ich jetzt nicht! Nein! Jawoll! Ja! Das war gerade noch! Fuck! 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 Ihr seht, oben sind die guten und unten sind die nicht so guten. Aber ich bin noch besser weit. Da! Was? Was ist denn los? Ein Punkt da unten? Ja, ich war gerade... Ein Punkt da unten. Ich war gerade Platz 10. War nicht so gut. Wie, wie, wie! Ich kann hupen, könnt ihr auch? Nein! Ja! Toll! Total! Ah! Oh, eine Mauer! Ich hab ne Hupe! Guck mal, das ist geformt wie ne Achtimap. Da guckst du, ne? Ja, cool! Du hast ne Karte? Klar! Alter! Voll die Livemap hab ich! Voll der Cheater! Alter! Cheater Arsch! Du kannst überhaupt nicht auf die Controller gucken während man spielt! Natürlich kannst du das! Sonst wärst du nicht so gut! Ja! Ne, ist klar! Ich fahr doch nur besser als du! Das ist so! Jetzt hat sie beide items genommen! Ja, natürlich! Alter! 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 Voll in den scheiß Lagen einfach! Alter! Können wir das ein bisschen heller machen? Kannst du dich mal die so einstellen? Das zieht nur ein bisschen! Schneller! 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 Muss halt Tür zu machen, aber dann könnte es sein, dass wir ein bisschen ersticken! Top! Nein! Hier! Warum krieg ich auf den 5 die Münze und wird dann so umgebockst! Fati! Ah! Was ist hier falsch gerade? Du bist falsch! Nein! Nein! Okay! Ich hab's dir nicht geklaut! Ich hab's dir nicht geklaut! Ja! Oh! Wo ist Fati? Oh! Da seid ihr beide nebeneinander! Was passiert? Alter! Gib mir ein gutes Item bitte! Das ist eine Bombe! Oh! Hast du schon wieder keinen Item gesehen? Da ist Penny! Ja! Die Item sind ja auch gut versteckt! Nee! Alter Miri! Ohnehin! Das kann nicht wahr sein! Wieso bist du nicht Erster? Das kann nicht wahr sein! Wer war das von euch beiden fest? Pannert! Was? Was ist falsch? Wieso bin ich jetzt auf einmal wieder... Alter! Wo bist du? Sechs! Da bist du vor mir! Da bist du vor mir! Da bist du eigentlich! Da bist du! BAM! Da geht's! Ist das dein scheiß Bomberat? Nein! Jetzt kommen wir im LKW nicht vorbei! Könnt ihr mal schneller fahren! So ein Scheiß! Ich bin 8er! Danke! Ich bin immerhin auf 5! Wer ist Erster? Ich! Das ist nicht richtig! Miri! Das heißt ja nicht, dass Miri hier die All Might die Beste ist! Normaler bin ich das! Ja! Klar! Das sah eben ganz anders aus! Wie er redet! Nein! Wie er redet! Wie er redet! Was er redet! Was da lohnt! Was da lohnt! Los! Mehr Tempo! Alter! 3 Milliarden Pinze! Schneller! Schneller! Schneller Pinze! Ah! Warte! Nein! Mann! 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 Okay! Wer gewonnen hat! Eindeutig ich! Als zweites Miri! Vier der greiften Imp escuelaso! Also wie den hatmeraaten! Ich mann! Dafür〜! Matthies! Wasreich ap tutte! Scheiße! Erst auf! Sag das! Hör auf! Alter! Das hat sie nuestras! Sehr gearbeitet! Ja 다 bureaucracy! Und machst du irgendwas tolles? Kreis fahren. MotoGP. Ja, super. Okay, wir sind die Leute. Ich hoffe, ich hatte das ganze gefallen. Da ist die Kamera. Hau da rein. Wirklich. Wir haben einen Goldmokal geholt. Dann kriegen wir jetzt einen Stern. Wir haben einen Goldmokal geholt. Und wir haben nichts weiter. Ja. Wollt ihr posten? Ja, cool gucken. Das wollte ich posten. Also, hau da rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was? Hauen? 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 Nein. Bye. Bye.